Musik Die Aufmerksamkeit war groß, als am Dienstag ein Teilstück der Schersteiner Brücke in die Baulücke manövriert wurde. So lang wie ein Fußballfeld, 120 Meter und 2000 Tonnen schwer ist es. Um 8 Uhr morgens hat sich der Pendant in Bewegung gesetzt und brauchte ganze vier Stunden, um an seinen Bestimmungsort zu gelangen. Dort wurde das tonnenschwere Stück mittels Seilwinde auf die Fahrbahnhöhe angehoben. Die gesamte Baumaßnahme inklusive Ausbau des Schersteiner Kreuzes wird mit 260 Millionen Euro veranschlagt. Die stromabwärts gelegene Hälfte wird voraussichtlich Ende 2016 fertig werden und muss anschließend den gesamten Verkehr aufnehmen. Ab 2017 werden die Reste der alten Brücke abgerissen und der zweite Teil der neuen Brücke kann entstehen. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant. Deren Fertigstellung ist dann aber erst für Mitte 2020 geplant.